Blubb, die Aufnahme läuft. Hallo. Moin Moin. Hallo. Oder kann man die Karte sehen? Ich bin eine Gans. Ich bin unschuldig. Ich bin unschuldig. Ich bin ein kleines Gänzchen. Ja, 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 ja. Boah. Das ist... Oh, Mann. Das ist wie eine Wabe aufgestellt. Signal senden. Hä? Hier geht das. Ach so, das ist eine Aufgabe zum Warten. Okay. Ist das? Ghost. Und unterschreiben. Hä? Okay, cool. Das? Äh, das. Und das. Und das. Aufgabe erledigt. Sie sind voll klug. Okay. 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 Man muss ordnen. Das. 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 Ein Ei. Ein Keks. Ein. Das. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Äh, was fehlt noch? Ach, die Dose. Ja, ich hab ne Aufgabe erledigt. Das. 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 Okay. Warten. Und dann. Erledigt. Die Aufgabe erledigt. Ich bin so gut. Ich erledige jede Aufgabe. Ja, ja, ja. Äh, die kurbeln. Aber ich vermiedelt. Sequenz einleiten. Flügel entschlüssen. Dreh den Bass auf. Kurbeln. Ach so. 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 Ja, ich bin voll klug. Ich hab die Aufgabe verstanden, aber ich konnte sie nicht zu Ende machen, Mann. Äh. Spannend. Spannend. Äh, ich hab jetzt keine Leiche gesehen gehabt. Ich bin jetzt bei Cafeteria in dem Gang nach oben. Ich hab eigentlich auch nicht auf Report geflückt, hab keine Ahnung. Ah, es war ja Kanadier, hm? Es kann sein, dass es ja Kanadier war. Aber ich war doch bei mir. Ja, das ist genau das Seltsame, Niki, weil das Gefühl hab ich auch. Ja. Es ist auch so. Und er meinte, ich geh jetzt TAS machen und ich meinte, okay, ich auch. Und jetzt bin ich oben bei, also ganz, ganz oben Besatzungsquartier. Okay. Na, ich hab Müsli mit Niki zurückgelassen, damit sie mal ihre gehört hat. Genau. Genau. Bei der Brücke, glaube ich. Äh, beim Recording Room dort, ja. Ich war bei den Motoren und hab Kekse gegessen. Bei den Motoren? Ja. Und da hab ich Kekse gegessen. Wobel? Ja. Oh, ist eigentlich ja die Leiche, ne? Äh, da ändert ne, ja. Ja. Also, ich hab keine Leiche gesehen, wie gesagt, also. Ja. Also, wenn man rein nach Wahrscheinlichkeiten ging, ja. Dann kann's Niki nicht sein, weil die war noch nie im Buster. Dann ist es höchstwahrscheinlich Lahmia, weil der war schon fünfmal. Du kannst mich ruhig gerne fouten. Aber wenn sie mich blöd sind. Ihr habt mich wirklich alles kalt gefourtet, oder? Du bist jetzt der Einzige, der da bei der Leiche in der Nähe war. Okay, ich denke, das ist einfach Karma dafür, dass ich auch so ein bisschen Kumpel rausgefourtet hab. Wenn der Dodo ist, dann ist das scheiße, ne? Ne, er hat ja nix in der Richtung gesagt. Also, Dodo ist er jetzt aber nett. Aber Niki könnte ein Buster sein. Ihr habt mich einfach ohne Grund rausgeworfen. Seid ihr doof? Ja, ich komme in meinem Leben. Ja, willkommen beim Spielraum. Ey, wie fies. Oh, wie gemein. Oh, wie gemein. Ich bin unschuldig. Ihr hasst mich doch nur alle. Schleimi, hallo? Alter Lahmia. Ja. Also, ich hätte mal ganz schnell die Freundesgruppe wechseln nach diesen Plänen. Ja. Ja. Das war ja so geil. Was soll ich denn sonst machen? Ich hab nur gesagt, ich hab Kekse gegessen. Was soll ich sonst sagen? Ey, tsch. Ich war der Dodo übrigens. Ah. Ich fand aber, äh. Ich fand aber hier Gubbels konf... Also, confusion. Ach, Gubbel ist der Killer. Oh, lol. Okay. Erläutert mir mal, warum ihr nicht der Dodo seid und warum ich euch jetzt... Genau. Es ist Gubbel. Es ist Gubbel. Es ist Gubbel. Er wollte mich gerade killen und dann hast du gedrückt. Ja, genau. Das war jetzt klar. Ja, ist so. Ja, also... Weder Dodo noch... noch der Killer. Also, Dodo, keine Ahnung. Ich geh jetzt raus, dass es einer von den Toten ist. Ich hab jetzt nur gehabt, dass Niki mich verfolgt hat. Ich hab dich verfolgt! Bei mir kann ich jetzt sagen, was war eigentlich jetzt nicht... Äh, viel Zeit. Wettel. Ich hab dich mit Niki zusammen gespawnt. Ihr habt schon gewählt. Oh mein Gott, was ist da los? Es ist Gubbel. 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 Vertrau mir bitte. GG. Ich hab dich vertraut auf jeden Fall. Jetzt ist Niki tot, Alter. Warum ist Niki tot? Ich hab doch gesagt, es ist Gubbel! Willkommen im Club, Niki. Die fühlt sich das an, sich nicht glauben. Gubbel, du bist so gut. Hi, Gubbel. Bin ich eigentlich? Ah, ich bin in der Brücke. Ich bin in der Brücke. Wir sind in der Brücke. Meine Aufgaben sind voll weit weg. Ah, so geht die Aufgabe. Ich lauf mal von dir weg, ne? Ja. Okay, das saubert ja ewig mit Schami alles sauber zu machen. Ja, hallo, Lamia. Hi, Lamia. Ich meine, hi, Veli. Die Wahrscheinlichkeit, dass du es bist, ist leider der Gubbel. Das ist nicht sicher wieder. Das sind die wahrscheinlichsten Imposter hier. Ja, du bist in dem Fossack. Ich würd nicht sehen. Sie haben eigentlich eine Imposterversammlung, wenn wir ehrlich sind. Ich lauf mal weg. Ich möchte eine Chance. Oh, come on. Oh, wir sind sogar in der Nähe. Hi, Schneimi. Oh, hier ist auch. Hallo. Was muss man machen? Oh Gott, was ist das denn? Oh, was ist das? Wie geht das? Ich hab keine Ahnung. Äh. Ach, man muss das nachbauen? Ah, man muss das nachbauen? Ach du Scheiße. Ne, hä? Wie macht das? Was macht man da? Du musst das, du musst das Dragon. Was? Ich muss das Dragon. Ja, aber ich bin verwirrt. Ach so, Leute, hier oben sind auch noch Dinger. Ja, ich hab das, ich hab das gemacht, Leute. Ich hab das gemacht, Leute. Boah, Gott sei Dank. Ich bin crew mit, Leute. Ich bin safe. Ich bin safe. Safe. Hallo. Ja, muss... Yay. Hallo. 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 мы besideere. Hallo. enginesbiroen zurück. Hallo. 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 Hallo, wie geht das, wie geht das, wie geht das? Ich versteh das Lichter-Ding nicht. Hä? Drück einfach so lange, bis es funktioniert, irgendwann geht's. Ich glaub, das ist... Ach, wie ist das dumm! Müsli, guck mal, guck mal. So muss das aussehen und wir machen es die ganze Zeit falsch. Wir müssen nach dem Licht, wir müssen den Bildern da entsprechend das machen. Ja, Gott sei Dank, sind die Lichter. Ah, Junge sind die lost, ey. Ja. Hallo, Lan. Ich glaub, Lan hier war Kanadier. Ich muss nur sagen, ich hab mein Versprechen gehalten, ja? Ja? Ich hab mein Versprechen gehalten. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ich hab extra die ganze Zeit nach Lamia gesucht, aber das hat nicht geklappt. Und jetzt war er natürlich Kanadier, ey. Ist doch schön. Hat natürlich die beste Rolle bekommen, die er natürlich hatte. Ich esse jetzt Chips. So. Komm, wir sind fertig. Viel Spaß. Den, Lan hier? Beim Sterben. Ich will nur mal anmerken, ich war's bis jetzt immer noch nicht. Ja. Ja, Niki. Das ist natürlich typisch, dass Lamia dann genau der Kanadier war, ne? Was erwartest du? Ja. Mann, ey. Einfach. Ich war so der übelste Crewman, ich fixe so die Lichter, fixe die Reaktoren und dann werde ich von Steinbier hinterm Rücks getötet. Ja, so hört sich das auch. Einfach rauffurzen. Ich bin die Gans, 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 Gans. Ich bin eine Super Gans mit Niki. Hallo. Ach du Scheiße, ist das riesig. Holy. Ey, das ist von dem einen, mit dem einen Spiel, ähm, wie hieß denn das, das eine Spiel, wo man da auch den Impostor rausfoten kann. Das ist auf jeden Fall von dieser Map. Ich weiß nicht mehr, wie das Spiel hieß, aber das ist auf jeden Fall da vorne. Okay, das ist so wie letztes Mal. Das kommt da, da, da und da. Easy peasy. Body Rebels riesig, 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 riesig. Oh, da ist eine Katze noch. Hallo? Muss ich machen? Ah lol, das ist HowdenLukas. Hallo Maxi. Hallo? 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 Ich hab die Ratte besiegt. Ja, ich bin voll gut. Hallo? Hallo? Hä, ich guck mal. Ja, kein guter Blatt zu. Ich sag ja, ich spiel irgendwie in dem Spiel so in Ramburg. Entweder ich werd rausgefunden oder ich bin der Erste, der stirbt. Was hab ich getan, dass ich sowas verdient hab? Ich bin doch immer so lieb und freundlich. Oh, das war süß. So, ich mach doch meine Aufgaben so zu Ende. Wobei, prägt das eigentlich was? Ja, die Niki liegt über dem Dungeon links vom Laboratory. Sorry, ich hab seit gut drei Minuten niemanden gesehen und das eine Mal was nicht durch ein mir und der ist in die andere Richtung. Er hat auch nen toten Lamia bei mir. Ja. Ich glaub, der ist durch einen Hazard gestorben. Was? Ich glaub, der ist durch irgendwas gestorben. Ich hab ihn umkippen sehen auf jeden Fall, glaub ich. Der Poster kann ja mal sagen, ob er Lamia getötet hat. Was? Der Poster kann ja mal sagen, ob er Lamia getötet hat. Ich hab ihn auf jeden Fall umkippen sehen gerade. Ich glaub, ein Misi war's nicht, ich hab jetzt eigentlich die ganze Zeit. Ich kann Gubbel eigentlich auch ausschließen. Ja, weiß ich nicht. Also, es könnte natürlich Kanadier gewesen sein, weswegen Veli sofort reportet hat. Bitte was? Nochmal? Niki könnte nur Kanadier gewesen sein. Ich würd erst mal geportet sein. War irgendwer im Laboratory letztens? Weiß ich nicht, was ist denn das? Ja, deswegen frag ich ja nach. Wie wär's das, du's nicht wärst? Du bist kein Gedankenleser. Aber ich lief dem Labor. Es war kein Kanadier auf jeden Fall. Was, Kumi? Ähm... Wir sind noch im Labor... Laboratorius der Labor. Ja, an sich war ich da noch nicht. Ich glaub, ich war da einmal kurz. Oder im Heizraum sind wir gerade, ja. Vorm Labor. Vorm Labor. Sie liegt ganz links vom Labor. Schlami, Schlami, wo bist du? Ich bin jetzt... Oder wen hatten wir denn da gesehen? Ich bin jetzt in den Tunnel eingegangen. Und da ist Lami durch irgendwas gestorben. Also... Wir haben ja Niki vor kurzem noch gesehen. Also, so schnell kann Schlami eigentlich nicht sein. Ich tipp auf Kanadier. Ja, das muss eigentlich Kanadier gewesen sein. Blödsinn jetzt. Dann ist es eh Gubel oder was? Wer kann jetzt Gubel decken? Ich. Ich. Gubel ist es garantiert nicht. Also, wirklich. Wirklich. Scheiß Kacklappen, die immer gemeinsam herumlaufen. Es hätte natürlich auch umgekehrt sein können, ne? Dass Niki durch Hazard gekillt wird, oder so. Mir wundert es mich. Ja, Niki war auch bei uns. Deswegen. Also, sie ist halt nicht mit in die Tür reingekommen. Scheiße, es war wirklich schon. Ich hab jetzt eigentlich gehofft, dass ich falsch liege. Weil ich war Dodo. Wurde eingesperrt. Und dann wollte ich raus. Und dann Hallo Niki und tot.